Also Hyperboy 2-2-1-2 Was ist das? Was hast du gesagt, Kevin? Also Hyperboy 2-2-1 Fire in the hole, genau Das ist Buddy Trials Zwei Spieler Ja Mach den Weg nacheinander halt Nur dass du halt nicht mit dem Maus springen kannst Ist immer toll Kevin Was? Ich hab ja gegen Erik CS gespielt Also du nicht da warst Die erste Runde, wo er mich gesehen hat Hab ich leider gegotmodet Und er dachte ich wär gut Safe Der war schon direkt pisst Eigentlich Guck mal, geh mal kurz rein Das hab ich mit ihm gemacht in der ersten Runde Aber danach hab ich sowas nicht mehr gehittert Raus Ja ich hab keine Ahnung Jäger Also Also Die werden für die nächste Staffel Safe jetzt noch Zwei Jahre brauchen oder so Für die Animation Das war schon Das war schon Das war schon Das war schon Aha Ja, ein Lauch-Factory Du musst dich dran gewöhnen Digga Das sind alles Gold-Worfen Bis auf die Oma ist Digga wie ekelhaft ist das bitte schön Ja, das haben die neu gemacht, dass die Avatare sich bewegen. Jetzt hat man dein Scheißbild da oben die ganze Zeit. Junge. Da ist alle her oder was? Ja, okay, muss man nicht. Ja, okay, okay. Okay. Wer ist das? Das soll man immer Waffen aufsteigen. Gibt es das noch? Was? Das soll man eben in Waffen aufsteigen. Gibt es das noch nicht? Was mit den Waffen aufsteigen? Ich hab dich nicht verstanden. Aufsteigen. Aufsteigen. Achso, Wettrüsten meinst du? Ja. Ich weiß nicht. Also die haben viele Game-Modes nicht rübergebracht im CS2. Aber... Ich glaube Wettrüsten das macht aber nichts. Nein. Das ist halt so Dämon nicht mehr. Hm. Du spiel mal gleich Gelegenheitsspiel. Gegen richtige Spieler. Äh, du musst glaube ich 10 Games davon machen, dass du mit uns Matchmaking spielen kannst. Ja, das ist die Mouse-Exceleration. Boah, ist das so egal. Ja, warum? Warum habe ich überhaupt mit dir mit? Ja, das ist nicht behindert. Ich glaube, du kannst die Bots schwerer einstellen. Ich glaube, die sind gerade auf Easy oder so. Die sind vergnetan. Ja, ja. Auf Expert sind die richtig schlimm gewesen früher. Die haben nicht so Grand One-Tap manchmal. Spannend. Spannend. Boah. Ich bin voll hier bei dir, meine. Passe, also ich habe auch jede Waffe halt quasi gebeindet. Waffe, Knife und so. Bist du, gibt Nades. Das ist quasi mit Hotkeys switched. Nicht wie Skulls das ist. Kannst ja mich nervig werden. Eigentlich kannst du die pushen. Die stehen irgendwo. Die stehen da, wo kein Spieler normalerweise steht. Guck mal, die sind einfach Random Invent reingegangen. Okay, da kann der Zellchen-Spieler normalerweise stehen. Ja, das ist ein Würstel, ja das ist ein Würstel. Jan sagt Würstel, Jan sagt Würstel. Das hier ist doch gut. Wieso? Und die Korks sind überall. Die werden jetzt angekorkt. Die haben das gehört, die werden eingekorkt. Ja, so. Ja, Jan, alles da ein Stück. Was war das denn nochmal? Ich hab's nicht ausfindig im Kopf. Zum Kunna gegen Mohraga und Chou. Achso, ja. Ja, die gab's auch schon vorher, aber so kam nicht animiert. Ja, mit hier, wo er dann auch noch Fura gemacht hat. Ja. Oh, nice Kevin, das ist ein schöner Schuss. Ach, ich weiß nicht, das muss so gut sein. Das wird so alle Setten, die man sich nicht passt. Ja, die gesamte Spiel. Ja. Ja. Ich hab's geschafft. Ja. 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 Jan, du Ölkopf. Ja, mach. Wir sehen. Ja. Nein. Doch. Zeig. Nein. Ja. Ja. Ich war's. Ja.